Hallihallo! Wie geht's denn so? Oder Hallöchen, Pöpöchen? Wie ich die Anmoderation mache, weiß ich noch nicht, aber... Willkommen zurück! Ja, äh... Ich hab mich entschieden, da das Tutorial etwas mit Lungen ist und ein paar, naja, nicht qualitativ fair hohe Scherze... ...hörbar sind, dachte ich mir, mach ich das Tutorial einfach nochmal. Und hier ist, wie man sieht, Ritter Spitznase. Äh... Ja. Ja, 15 Minuten. Okay, also... Ich versuch diesmal das Tutorial so schnell es geht, ähm... ...durchzuspielen. Äh... Ein paar Ersteindrücke, wie beim ersten Mal, werde ich nicht so sehr zur Geldung bringen können, weil... ...dafür bräuchte ich überragendes schauspielerisches Talent, welches ich nicht besitze. ...momentan... ...und ja... ...danach aber... ...mitir sind die Ersohunde... ...Multiplayer... ...ihihi... ...ah, okay... ...wissenswertes. Dritter Union ist aus Ländern wie Österreich, Kanada, Dänemark, Deutschland und... ...weiß ich schon. Hab acht auf... ...Sei... ...moore... ...was ist das überhaupt? ...not... ...wie... ...sperre deine Rüstung ist, dass du langsam mal bewegst du dich. Denk daran, wenn du deine Ausrüstung erstellst. Okay. Bei einigen Waffen kannst du mit R... ...den Griff ändern. Andere können geworfen werden. Waffen. Okay. Ja, vielleicht schneide ich... ...die... ...Ladebildschirme, wenn die zu lange dauern... ...auch raus. Ah. Hi. Dann schauspielerisches Können... ...denver었어요! Ah! ohl... ...ohhhh! Ist die jetzt einfach aus wie ich. Ohhhh! Oh! 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 Drücke 1, dein Primärsatz auch zu gestatten. Oh, oh, schickes Schwert. Okay, also... Ah, ja, ah, oh... Eins? Zwei... Drei... Drei... Das ist voll... Ungewohnt nach wie vor. Kann man das nicht irgendwie dann später umstellen? Ja, ich kann... Da geht's. Du hast deine Stamina während du attackst. Die Missing wird dringend. Wenn du aus Stamina bist, du wirst du nicht able to trombe, das kann dich in ein schlechtes Ort. Jetzt will ich dir dir, wie du dich gegen attackst. Erst, Drei. 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 Hehehehe! Hab ich den... hab... hab ich den... gerade... Du... Okay... ich hab scheinbar keine Lederhandschuhe an. Nun, ich sehe, dass du mehr machst, als einfach mit dieser Wehbe zu flirren. Wir beginnen mit einem einfachen horizontalen Streik. Mach das Stick mit 3 horizontalen Slashes! Warum... warum konnte das Schwert nicht in der Pfütze landen? Okay... äh... so letztens hat es nicht so gut geklappt... Oh... Alter... Aber jetzt scheint etwas zu klappen... Nein! Also... Und... Äh... Vertikal geht so... geht schlecht... Äh... Oh... Oh... Stab that Cabbage over there! Leder up! Okay... Moment... Okay... Okay... Also... Zurück geht auch hier... Äh... Stechen... Hä? Also... Wie ist es... Hä? Ich hab einfach, wenn ich dafür glaubt bin. Und jetzt kann ich nicht so gut wie gut eingestellt. Und jetzt geht's an die WMASB-Modage vor dem cleansingen. Äh... R... Oh... Oh... Ja! R- Warrior... Geil. Ups. Ah. Das ist... Ach, mir fällt immer noch nichts ein. Yeeah. Hat er den Schoen das jetzt mal auch so genannt? All right, all right. You've got a hand with it. Sometimes it's a good idea, to cancel an attack before his foy committed. Oh, cool. I'm going to go. You can only cancel an attack before his foy committed. So don't wait too long. Get around my defense three times by tricking me into Parian. And then hit me from real. Ah. How was that again? Ah, cool. Find your opponent's sense of point. Get around my defense three times by tricking me with a morph. Well played. Ah. Snakey. Ah. Ah. Das ist genug. Ich zeige euch ein weiteres Maneuwer called Chamber and Nest. Instead of powering, du kannst miram all your attacks mit deinem eigenen Attacken. Und wenn du das einfach bevor der Attacken hatst, dann wird es auch ein Block und ein Counterattack. Du musst die Art von Attacken zu schaffen, oder du kannst ein Left Horizontal Slash machen. Das musst du bei einem Right Horizontal Slash machen, einfach bevor ich dich schaffe. Get ready! Ei. Das gibt's noch nicht. Mann. Also, der nächste Vorsicht. Moment. Führe einen rechten Schwung kurz bevor du getroffen wirst. Einen rechten Schwung. Mann. Mann. Hä? Mann. Das gibt's noch nicht. Mann. 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 All you need to do is perform a stop just before you get it. No need to merely attack. Get ready. Okay. We're getting good at this. Now play all that you have learned and let five strikes on me. But this time I won't go back. Okay. Alta. Au. Oh. Good. Again. Nice. One more. Oh. 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 Eh. Ich hoffe es wird jetzt besser�AND das Isρώ. Oh. Nein, ich mache jetzt hier eine Folgenpause und hoffe, dass ich es mit besserer Schauspielerei in der nächsten Folge besser machen kann. Ich habe den Fall gefolgt und auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das Tutorial nochmal wiederhole und tschüss. Ich hoffe, es ist in Ordnung.